Aus der Lutherbibel von 1534, Vorrede auf die erste Epistel an die Korinther. In dieser Epistel vermahnt St. Paulus die Korinther, dass sie sollen einträchtig sein im Glauben und in der Lehre und darauf sehen, dass sie das Hauptstück, nämlich dass Christus unser Heil ist, wohl lernen, an welchem sich alle Vernunft und Weisheit stößet. Denn gleich wie jetzt zu unserer Zeit, so das Evangelion an Tag kommen ist, finden sich der tollen Heiligen viel, welche man Kottengeister, Schwärmer und Ketzer heißt, die allzu früh klug und gelehrt worden sind. Und können für große Kunst und Weisheit sich mit niemand gleich oder einträchtig halten. Einer will hinaus, der andere dort hinaus, als wäre es große Schande. Wo nicht ein jeglicher ein sonderliches Für nehme und seine Eigenweisheit aufwürfe, welche niemand wiederum kann zu Narren machen, so sie doch im Grunde gar nichts von den rechten Hauptsachen wissen noch verstehen, ob sie gleich mit dem Maul viel davon plaudern. Also ging St. Paulo auch, da er seine Korinther hatte den christlichen Glauben und die Freiheit vom Gesetz gelehrt, fanden sich auch die tollen Heiligen und unzeitige Klüglinge, zu trenneten die einträchtige Lehre und machten Spaltung unter den Gläubigen. Einer wollte Paulisch, der andere Apollisch, einer Petrisch, der andere Christisch sein. Einer wollte die Beschneidung haben, der andere nicht. Einer wollte die Ehe, der andere nicht. Einer wollte Götzen Opfer essen, der andere nicht. Etliche wollten leiblich frei sein, etliche Weiber wollten in Haaren gehen und dergleichen, bis sie dahin gerieten, dass einer der Freiheit missbrauchet und nahm seine Stiefmutter zur Ehe. Und etliche nichts von der toten Auferstehung hielten, etliche nicht viel vom Sakrament, und gingen wüst und ganz unirdisch zu, dass jeglicher wollte Meister sein und lehren und mit dem Evangelio, Sakrament, Glauben machen, was ihnen gut daucht. Und ließen die Weihe das Hauptstück sein, fahren und liegen, dass Christus unser Heil, Gerechtigkeit, Erlösung ist, als hätten sie es längst an den Schuhen zu rissen. Wie denn solch Stück nicht kann auf der Bahn bleiben, wo man beginne zu klügeln und weise zu sein? Aller Dinge, wie es jetzt auch uns gilt, nachdem wir den Deutschen das Evangelion eröffnet haben von Gottes Gnaden, da will auch ein jeglicher der beste Meister sein und den Heiligen Geist allein haben. Gerade als wäre das Evangelion darum gepredigt, dass wir unser Klugheit und Vernunft drin erzeigen und Ruhm suchen sollten, dass diese Korinther wohl möglich seien ein Exempel oder Beispiel unseren Leuten zu dieser Zeit, welche auch wohl eine solche Epistel bedürften. Es muss aber also sein, und soll dem Evangelio also gehen, dass tolle heilige und unzeitige Klüglinge Rotten und Ärgernis anrichten, auf das die Bewährten, wie hier St. Paulus auch sagt, offenbar werden. Darum strafet und verdammt St. Paulus solche schädliche Weisheit gar ernstlich und machet solche nasenweisen Heiligen wiederum zu Narren, spricht schlecht, dass sie nichts wissen von Christo, noch von dem Geist und Gaben Gottes uns in Christo gegeben und sollen noch anheben zu lernen. Es müssen geistliche Leute sein, die es verstehen sollen, weise sein wollen und Klugheit fürgeben im Evangelio, sei eben das rechte Ergebnis und Hindernis Christum und Gott zu erkennen. Rotten und Zwietracht anzurichten, da mag die kluge Vernunft und Weisheit wohl zu dienen, dass eitel tolle Heiligen und wilde Christen werden. Aber unseren Herrn Christum mögen sie nimmermehr erkennen. Sie werden denn wiederum zu Narren und lassen sich demütiglich durchs einfältige Wort Gottes lehren und führen. Solch streibt er durch die ersten vier Kapitel. Im fünften strafet er die große Unzucht des, der seine Stiefmutter genommen hatte und will ihn in Bann tun und dem Teufel geben. Zeigt damit an, ein rechte Weise des Bannes zu brauchen, dass er mit Bewilligung der gläubigen Gemeinde gefället soll werden, über die öffentlichen Laster, wie auch Christus in Matthäus lehret. Im sechsten strafet er das Hadern und Zanken vor Gerichte, sonderlich vor den Heiden und Ungläubigen und lehret, dass sie untereinander selbst sollen die Sache schlichten oder Unrecht leiden. Im siebten gibt er Unterricht von der Keuschheit und ehrlichem Stande, lobet die Keuschheit und Jungfrauschaft, dass sie Nütze seien, des Evangelii des Debas zu warten, wie Christus auch lehret in Matthäus von den Keuschen, die ums Evangelion oder Himmelreich willen keusch sind. Aber Paulus will sie ungenötiget und ungezwungen und Enfar größer Sünde gehalten haben, sonst sei besser frein, denn Keuschheit, die in stetiger Brunst steckt. Am achten bis auf zwölfte handelt er mancherlei Weise, wie man die schwachen Gewissen führen und halten soll, in äußerlichen Sachen, als da sind Essen, Trinken, Kleider, Sakrament haben und wehret alle Teilben, dass die Starken nicht verachten sollen die Schwachen. Sinte mal er selbst, ob er wohl ein Apostel sei, dennoch viel sich enthalten hab, da er wohl Recht hätte. Dazu sich die Starken wohl fürchten mögen, die weil vor Zeiten in Israel so viel untergegangen sind, die doch allesamt durch Wunderwerk aus Ägypten geführt sind und macht daneben etliche Ausläuft heilsamer Lehre. Am zwölften bis aufs vierzehnt handelt er, wie mancherlei Gaben Gottes sind, unter welchen doch die Liebe das Beste sei, dass sie nicht sich erheben, sondern dienen sollen untereinander einmütig, die weil es ein Gott, ein Herr, ein Geist und alles ein, wie mancherlei es auch sei. Am vierzehnten lehret er die Prediger, Propheten und Sänger, dass sie ordentlich ihre Gaben brauchen, und nur zur Besserung, nicht zur eigenen Ehre, ihre Predigten Kunst und Verstand fürgeben. Am fünfzehnten strafet er die, von der Auferstehung des Fleisches Unrecht gelehrt und gegläubelt hatten. Am letzten vermahnet er sie zu brüderlicher Hilfe, in zeitlicher Nahrung den dürftigen. Aus einem Nachdruck der Lutherbibel von 1534. Paulus berufen zum Apostel Jesu Christi durch den Willen Gottes und Bruder Sophthenes, der Gemeinde Gottes zu Korinthen, den Geheiligten in Christu Jesu, den berufenen Heiligen samt all denen, die anrufen den Namen unseres Herrn Jesu Christi, an all ihren und unseren Örtern. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesu Christo. Ich danke meinem Gott alle Zeit euer Halben für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christu Jesu, dass ihr seid durch ihn in allen Stücken reich gemacht, an aller Lehre und in aller Erkenntnis, wie denn die Predigt von Christu in euch kräftig geworden ist. Also, dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe und wartet nur auf die Offenbarung unseres Herrn Jesu Christi, welcher auch wird euch festbehalten bis ans Ende, dass ihr unsträflich seid auf den Tag unseres Herrn Jesu Christi. Denn Gott ist treu, durch welchen ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohns Jesu Christi, unseres Herrn. Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesu Christi, dass ihr allzumal einerlei Rede führet, auflasset nicht Spaltung unter euch sein, sondern dass ihr seid vollkommen in einem Sinne und in einerlei Meinung. Denn mir ist vollkommen, liebe Brüder, durch die aus Chloes Gesinde von euch, das Zank unter euch sei. Ich sage aber davon, dass unter euch einer spricht, ich bin paulisch, der andere, ich bin apollisch, der dritte, ich bin episch, der vierte, ich bin christisch. Wie es Christus nur zutrennet. Ist denn Paulus für euch gekreuziget? Oder seid ihr in Paulus' Namen getaufet? Ich danke Gott, dass ich niemand unter euch getauft habe und Chrisbon und Gajon. Dass nicht jemand sagen möge, ich hätte auf meinen Namen getauft. Ich habe aber auch getauft des Stephaner Hausgesinde. Danach weiß ich nicht, ob ich etliche andere getauft habe. Denn Christus hat mich nicht gesandt zu teufen, sondern das Evangelium zu predigen, nicht mit klugen Worten, auf das nicht das Kreuz Christi zunicht werde. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist's eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben, Ich will umbringen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Klugen, wo sind die Schriftgelehrten, wo sind die Weltweisen? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Denn die, weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch törichte Predigt selig zu machen, die so daran glauben. Sind mal die Juden Zeichen fordern und die Griechen nach Weisheit fragen. Wir aber predigen den gekreuzigten Christ, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, bei den Juden und Griechen predigen wir Christon. Göttliche Kraft und göttliche Weisheit. Denn die göttliche Torheit ist weiser, denn die Menschen sind, und die göttliche Schwachheit ist stärker, denn die Menschen sind. Seht an, liebe Brüder, euren Beruf, nicht viel Weisen nach dem Fleisch, nicht viel Gewaltige, nicht viel Edle sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählet, dass er die Weisen zu Schanden macht. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählet, dass er zu Schanden macht, was stark ist. Und das Unedle vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählet, und dass da nichts ist, das er zu nicht macht, was etwas ist, auf das ich vor ihm kein Fleisch rühme. Von welchem auch ihr herkommt, in Christu Jesu, welcher uns gemacht ist von Gott, zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung, auf das wie geschrieben steht, wer sich rühmet, der rühme sich des Herrn. Und ich, liebe Brüder, da ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten oder hoher Weisheit, euch zu verkündigen, die göttliche Predigt. Denn ich hielt mich nicht dafür, dass ich etwas wüsste unter euch, on allein Jesum Christum, den Gekreuzigten. Und ich war bei euch mit Schwachheit und mit Furcht und mit großem Zittern. Und mein Wort und meine Predigt war nicht in vernünftigen Reden menschlicher Weisheit, sondern in Beweisung des Geistes und der Kraft, auf das euer Glaube bestehe, nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Da wir aber von reden, das ist dennoch Weisheit bei den Vollkommenen, nicht eine Weisheit dieser Welt, auch nicht der obersten dieser Welt, welche vergehen, sondern wir reden von der heimlichen, verborgenen Weisheit Gottes, welche Gott verordnet hat vor der Welt, zu unserer Herrlichkeit, welcher keiner von den obersten dieser Welt erkannt hat. Denn wo sie die erkannt hätten, hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuziget, sondern wie geschrieben steht, das kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehöret hat und in keines Menschenherz kommen ist, das Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott offenbare durch seinen Geist, denn der Geist erforschet alle Dinge, auch die Tiefe der Gottheit. Denn welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, und der Geist des Menschen, der in ihm ist. Also auch niemand weiß, was in Gott ist, und der Geist Gottes. Wir aber haben nicht Empfang den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, dass wir wissen können, was uns von Gott gegeben ist, welches wir auch reden, nicht mit Worten, welche menschliche Weisheit lehren kann, sondern mit Worten, die der Heilige Geist lehret, und richten geistliche Sachen geistlich. Der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit und kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich gerichtet sein. Der Geistliche aber richtet alles und wird von niemandem gerichtet. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer will ihn unterweisen? Wir aber haben Christus Sinn. Und ich, liebe Brüder, konnte nicht mit euch reden als mit Geistlichen, sondern als mit Fleischlichen wie mit jungen Kindern in Christo. Milch hab ich euch zu trinken gegeben und nicht Speise, denn ihr konntet noch nicht, auch könnt ihr noch jetzt nicht, dieweil ihr noch fleischlich seid. Denn sind immer einer und Zank und Zwietracht unter euch sind, seid ihr denn nicht Fleischliche und wandelt nach menschlicher Weise? Denn so einer sagt, ich bin Paulisch, der andere aber, ich bin Apollisch. Seid ihr denn nicht fleischlich? Wer ist nun Paulus? Wer ist Apollo? Diener sind sie, durch welche ihr seid gläubig worden und dasselbige, wie der Herr einem jeglichen gegeben hat. Ich habe gepflanzet, Apollo hat begossen, aber Gott hat das Gedeihen gegeben. So ist nun weder der, der pflanzet, noch der, der begeußet etwas, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der aber pflanzet und der, der begeußet, ist einer wie der andere. Ein jeglicher aber wird seinen Lohn empfahren nach seiner Arbeit. Denn wir sind Gottes Gehilfen, ihr seid Gottes Ackerwerk und Gottes Gebäu. Ich von Gottes Gnaden, die mir gegeben ist, habe den Grund gelegt, als ein weiser Baumeister. Ein anderer baut darauf, ein jeglicher aber seht zu, wie er darauf baue. Einen anderen Grund kann zwar niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christ. So aber jemand auf diesen Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stoppeln, so wird eines jeglichen Werk offenbar werden. Der Tag wird's klar machen, denn er wird mit Feuer offenbar werden und welcherlei eines jeglichen Werks sei, wird das Feuer bewähren. Wird jemand das Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfahren. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er gestrafet werden, er selbst aber wird selig werden, so doch als durchs Feuer. Wisset ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnet? So jemand den Tempel Gottes verderbet, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Niemand betriege sich selbst, welcher sich unter euch dünket weise sein, der werde ein Narr in dieser Welt, dass er möge weise sein, denn dieser Weltweisheit ist Torheit bei Gott. Denn es steht geschrieben, die Weisen erhaschet er in ihrer Klugheit, und abermal, der Herr weiß der weisen Gedanken, dass sie eitel sind. Darum rühme sich niemand eines Menschen, es ist alles euer, es sei Paulus oder Apollo, es sei Käfers oder die Welt, es sei das Leben oder der Tod, es sei das Gegenwärtige oder das Zukünftige, alles ist euer, ihr aber seid Christi, Christus ist aber Gottes. Dafür halte uns jedermann, nämlich für Christus Diener und Haushalter über Gottes Geheimnis. Nur suchet man nicht mehr an den Haushaltern, denn dass sie treu erfunden werden. Mir aber ist's ein Geringes, dass ich von euch gerichtet werde oder von einem menschlichen Tage. Auch richte ich mich selbst nicht. Ich bin wohl nichts mir bewusst, aber darinne bin ich nicht gerechtfertigt. Der Herr ist's aber, der mich richtet. Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr komme, welcher auch wird ans Licht bringen, was im Finstern verborgen ist, und den Rat der Herzen offenbaren, als denn wird einem jeglichen von Gottlob widerfahren. Solchs aber, liebe Brüder, habe ich auf mich und Apollo gedeut, um euren Willen, dass ihr an uns lernet, dass niemand höher von sich halte, denn es geschrieben ist, auf dass ich nicht einer wieder den anderen um jemands Willen aufblase. Denn wer hat dich vorgezogen? Was hast du aber, das du nicht empfangen hast? So du es aber empfangen hast, was rühmest dich denn, als der es nicht empfangen hätte? Ihr seid schon satt worden, ihr seid schon reich worden, ihr herrschet an uns. Und wollte Gott ihr herrschetet, auf das auch wir mit euch herrschen möchten. Ich halte aber, Gott habe uns Apostel für die allergeringsten dargestellt, als dem Tode übergeben. Denn wir sind ein Schauspiel worden der Welt und den Engeln und den Menschen. Wir sind Nachen um Christus Willen, ihr aber seid klug in Christo, wir schwach, ihr aber stark, ihr herrlich, wir aber verachtet. Bis auf diese Stunde leiden wir Hunger und Durst und sind nacket und werden geschlagen und haben keine gewisse Städte und arbeiten und wirken mit unserer eigenen Händen. Man schillt uns, so sägen wir, man verfolget uns, so dulden wir's, man lästert uns, so flehen wir. Wir sind stets als ein Fluch der Welt und ein Fegopfer aller Leute. Nicht schreibe ich solches, dass ich euch beschäme, sondern ich vermahne euch als meine lieben Kinder. Denn ob ihr gleich zehntausend Zuchtmeister hättet in Christo, so habt ihr doch nicht viele Väter. Denn ich habe euch gezeugt in Christu Jesu durchs Evangelion. Darum ermahne ich euch, seid meine Nachfolger. Aus derselben Ursache habe ich Timotheon zu euch gesandt, welcher ist mein lieber und getreuer Sohn in dem Herrn, dass er euch erinnere meiner Wege, die da in Christo sind. Gleich wie ich an allen Enden in allen Gemeinden lehre. Es blähen sich etliche auf, als würde ich nicht zu euch kommen. Ich will aber gar kürzlich zu euch kommen, so der Herr will, und erlernen nicht die Wort der Aufgeblasenen, sondern die Kraft. Denn das Reich Gottes steht nicht in Worten, sondern in Kraft. Was wollt ihr? Soll ich mit der Rute zu euch kommen oder mit Liebe und sanftmütigem Geist? Es geht ein gemein Geschrei, dass Hurerei unter euch ist und eine solche Hurerei, da auch die Heiden nicht von zu sagen wissen, dass einer seines Vaters Weibe habe. Und ihr seid aufgeblasen und habt nicht vielmehr Leide getragen auf das, der das Werk getan hat, von euch getan würde. Ich zwar, als der ich mit dem Leibe nicht da bin, doch mit dem Geist gegenwärtig, habe schon als gegenwärtig beschlossen, über den, der solches also getan hat, in dem Namen unseres Herrn Jesu Christi, in eure Versammlung mit meinem Geist und mit der Kraft unseres Herrn Jesu Christi, ihn zu übergeben, dem Satan, zum Verderben des Fleisches, auf das der Geist selig werde, am Tag des Herrn Jesu. Euer Ruhm ist nicht sein. Wisset ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig versaurert? Darum feget den alten Sauerteig aus, auf dass ihr ein neuer Teig seid, gleich wie ihr ungesäuert seid. Denn wir haben auch ein Osterlamm, das ist Christus, für uns geopfert. Darum lasst uns Ostern halten, nicht im alten Sauerteig, auch nicht im Sauerteig der Bosheit und Schalkheit, sondern in dem Süßteig der Lauterkeit und der Wahrheit. Ich habe euch geschrieben in dem Briefe, dass ihr nichts sollt zu schaffen haben mit den Hurern. Das meine ich gar nicht von den Hurern in dieser Welt oder von den Geizigen oder von den Räubern oder von den Abgöttischen, sonst müsstet ihr die Welt räumen. Nu aber habe ich euch geschrieben, ihr sollt nichts mit ihnen zu schaffen haben, nämlich so jemand ist, der sich lässet, mit einen Bruder nennen und ist ein Hurer oder ein Geiziger oder ein Abgöttischer oder ein Lästerer oder ein Trunkenbold oder ein Räuber. Mit denselbigen sollt ihr auch nicht essen. Denn was gehen mich die draußen an, dass ich sie sollt richten? Richtet ihr nicht, die da hinnen sind. Gott aber wird die draußen sind richten. Tut von euch selbst hinaus, wer da böse ist. Weht da jemand unter euch, so er ein Handel hat mit einem anderen, hadern für den Unrechten und nicht für den Heiligen? Wisset ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? So denn nun die Welt soll von euch gerichtet werden, seid ihr denn nicht gut genug, geringe Sachen zu richten? Wisset ihr nicht, dass wir über die Engel richten werden? Wie viel mehr über die zeitlichen Güter? Ihr aber, wenn ihr über zeitliche Güter Sachen habt, so nehmt ihr die, sobei der Gemeinde verachtet sind und setztet sie zu Richter. Euch zu Schande muss ich das sagen. Ist so gar kein Weiser unter euch? Oder doch nicht einer, der da könnte richten zwischen Bruder und Bruder? Sondern ein Bruder mit dem anderen hadert, dazu für den Ungläubigen. Es ist schon ein Pfeil unter euch, dass ihr miteinander richtet. Warum lasst ihr euch nicht viel lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht viel lieber vervorteilen? Sondern ihr tut Unrecht und vervorteilt und solches an den Brüdern. Wisset ihr nicht, dass die Ungerechten werden das Reich Gottes nicht ererben? Lasset euch nicht verführen. Weder die Hurer noch die Abgöttischen noch die Ehebrecher noch die Weichlinge noch die Knabenschänder noch die Diebe noch die Geizigen noch die Trunkenen noch die Lästerer noch die Räuber werden das Reich Gottes ererben. Und solche seid ihr etliche gewesen. Aber ihr seid gewaschen, ihr seid geheiliget, ihr seid gerecht worden durch den Namen des Herrn Jesu und durch den Geist unseres Gottes. Ich hab's alles macht, es frommelt aber nicht alles. Ich hab es alles macht, es soll mich aber nichts gefangen nehmen. Die Speise dem Bauche und der Bauche der Speise, aber Gott wird diesen und jene hinrichten. Der Leib aber nicht der Hurerei, sondern dem Herrn und der Herr dem Leibe. Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird uns auch auferwecken durch seine Kraft. Wisset ihr nicht, dass eure Leibe Christi Glieder sind? Sollte ich nur die Glieder Christi nehmen und Hurenglieder daraus machen? Das sei ferne. Oder wisset ihr nicht, dass, wer an der Huren hanget, der ist ein Leib mit ihr? Denn sie werden, spricht er, zwei in einem Fleische sein. Wer aber den Herrn anhanget, der ist ein Geist mit ihm. Flieht die Hurerei, alle Sünde, die der Mensch tut, sind außer seinem Leibe. Wer aber huret, der sündigt an seinem eigenen Leibe. Oder wisset ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist, welchen ihr habt von Gott und seid nicht euer Selbst? Denn ihr seid teuer erkauft. Darum, so preiset Gott an eurem Leibe und in eurem Geist, welche sind Gottes? Von dem ihr aber mir geschrieben habt, antworte ich. Es ist dem Menschen gut, dass er kein Weib berühre, aber um der Hurerei willen, habe ein jeglicher sein eigen Weib und eine jegliche habe ihren eigenen Mann. Der Mann leiste dem Weibe die schuldige Freundschaft, desselbigen gleichen das Weibe dem Manne. Das Weib ist ihres Leibs nicht mächtig, sondern der Mann. Desselbigen gleichen der Mann ist seines Leibes nicht mächtig, sondern das Weib. Entziehe sich nicht eins dem anderen, es sei denn aus beider Bewilligung eine Zeit lang, dass ihr zum Fasten und Beten Muße habt und kommet wiederum zusammen, auf das euch der Satan nicht versuche, um eurer Unkeuschheit willen. Solch sage ich aber aus Vergunst und nicht aus Gebot. Ich wollte aber lieber alle Menschen wehren, wie ich bin. Aber ein jeglicher hat seine eigene Gabe von Gott, einer sonst, der andere so. Ich sage zwar den Lebendigen und Witwen, es ist ihnen gut, wenn sie auch bleiben wie ich. So sie aber sich nicht enthalten, so lass sie freien. Es ist besser freien, denn brennen. Den Ehelichen aber gebiete, nicht ich, sondern der Herr, dass das Weib sich nicht scheide von dem Manne. So sie sich aber scheidet, dass sie ohne Ehe bleibe oder sich mit dem Manne versühne und dass der Mann das Weib nicht von sich lasse. Den anderen aber sage ich, nicht der Herr. So ein Bruder ein ungläubig Weib hat und dieselbige lässt es ihr gefallen, bei ihm zu wohnen, der scheide sich nicht von ihr. Und so ein Weib einen ungläubigen Mann hat und er lässet es ihm gefallen, bei ihr zu wohnen, die scheide sich nicht von ihm. Denn der ungläubige Mann ist geheiligt durchs Weib und das ungläubige Weib wird geheiligt durch den Mann, sonst wären eure Kinder unrein. Nu aber sind sie heilig. So aber der ungläubige sich scheidet, so lass ihn sich scheiden. Es ist der Bruder oder die Schwester nicht gefangen in solchen Fällen. Im Friede aber hat uns Gott berufen. Was weißt du aber, du Weib, ob du den Mann werdest selig machen? Oder du Mann, was weißt du, ob du das Weib werdest selig machen? Doch wie einem jeglichen Gott hat ausgeteilt. Ein jeglicher, wie ihn der Herr berufen hat, also wandle er und also schaffe ich's in allen Gemeinden. Ist jemand beschnitten berufen, der Zeuge keine Vorhaut? Ist jemand berufen in der Vorhaut, der lasse sich nicht beschneiden? Die Beschneidung ist nichts und die Vorhaut ist nichts, sondern Gottes Gebot halten. Ein jeglicher bleibe in dem Ruf, darin er berufen ist. Bist du ein Knecht berufen, sorge dir nicht, doch kannst du frei werden, so brauche das viel lieber. Denn wer ein Knecht berufen ist in dem Herrn, der ist ein Gefreiter des Herrn. Desselbigengleichen, wer ein Freier berufen ist, der ist ein Knecht Christi. Ihr seid teuer erkauft, werdet nicht der Menschen Knechte. Ein jeglicher, lieber Brüder, worin er berufen ist, darin bleibe er bei Gott. Von den Jungfrauen aber habe ich kein Gebot des Herrn. Ich sage aber meine Meinung, als ich Barmherzigkeit erlanget habe von dem Herrn, treu zu sein. So meine ich nur, solches sei gut, um der gegenwärtigen Not willen, dass es dem Menschen gut sei, also zu sein. Bist du an ein Weib gebunden, so suche nicht los zu werden. Bist du aber los vom Weibe, so suche kein Weib. So du aber frei ist, sündigest du nicht. Und so eine Jungfrau freiert, sündiget sie nicht. Doch werden solche leibliche Trübsal haben. Ich verschonet aber euer Gerne. Das sage ich aber, liebe Brüder, die Zeit ist kurz, weiter ist das die Meinung. Die da Weiber haben, dass sie seien, als hätten sie keine. Und die da weinen, als weineten sie nicht. Und die sich freuen, als freuten sie sich nicht. Und die da käufen, als besäßen sie es nicht. Und die dieser Welt brauchen, dass sie derselbigen nicht missbrauchen, denn das Wesen in dieser Welt vergeht. Ich wollte aber, dass ihr und Sorge wehret. Wer ledig ist, der sorget, was dem Herrn angehöret, wie er dem Herrn gefalle. Wer aber freiet, der sorge, was die Welt angehört, wie er dem Weibe gefalle. Es ist ein Unterschied zwischen einem Weib und einer Jungfrau. Welche nicht freiet, die sorget, was den Herrn angehöret, dass sie heilig sei, beide am Leibe und auch am Geist. Die aber freiet, die sorget, was die Welt angehöret, wie sie dem Manne gefalle. Solchs aber sage ich zu eurem Nutz, nicht, dass ich euch einen Strick an den Hals werfe, sondern dazu, dass es wohl zieret und ihr stets und unverhindert dem Herrn dienen könnt. So aber jemand sich lässet dünken, es wölle sich nicht schicken mit seiner Jungfrau, weil sie eben wohl mannbar ist und es will nicht anders sein, so tue er, was er will, er sündiget nicht, er lasse sie freien. Wenn einer aber im Fest für nimmt, weil er ungezwungen ist und seinen freien Willen hat und beschließt solches in seinem Herzen, seine Jungfrau also bleiben zu lassen, der tut wohl. Endlich, welcher verheiratet, der tut wohl, welcher aber nicht verheiratet, der tut o besser. Ein Weib ist gebunden an das Gesetz, solange der Mann lebet. So aber ihr Mann entschläft, ist sie frei, sich zu verheiraten, welchem sie will, allein, dass es in dem Herrn geschehe. Seliger ist sie aber, wo sie also bleibet nach meiner Meinung. Ich halte aber, ich habe auch den Geist Gottes. Von dem Götzenopfer aber wissen wir, denn wir haben alle das Wissen. Das Wissen bläset auf, aber die Liebe bessert. So aber sich jemand dünken lässt, er wisse etwas, der weiß noch nicht, wie er wissen soll. So aber jemand Gott liebet, derselbige ist von ihm erkannt. So wissen wir nun von der Speise des Götzenopfers, dass ein Götz nichts in der Welt sei und dass kein anderer Gott sei und der Einige. Und wie wohl es sind, die Götter genennet werden, es sei im Himmel oder auf Erden, sind mal es sind viele Götter und viele Herren, so haben wir doch nur einen Gott, den Vater, von welchem alle Dinge sind und wir in ihm und einen Herrn Jesu Christ, durch welchen alle Dinge sind und wir durch ihn. Es hat aber nicht jedermann das Wissen, denn etliche machen ihn noch ein Gewissen über den Götzen und essen für Götzen Opfer, damit wir ihr Gewissen, dieweil es so schwach ist, beflecket. Aber die Speise fordert uns für Gott nicht. Essen wir, so werden wir darum nicht besser sein. Essen wir nicht, so werden wir darum nicht weniger sein. Seht aber zu, dass dieser eure Freiheit nicht geratet zu einem Anstoß der Schwachen. Denn so dich, der du das erkennet hast, jemand sehe, zu Tisch sitzen im Götzenhause, wird nicht sein Gewissen, dieweil er schwach ist, verursachet, das Götzenopfer zu essen. Und wird also über deinem Erkenntnis der schwache Bruder umkommen, um welchen Willen doch Christus gestorben ist. Wenn ihr aber also sündiget an den Brüdern, und schlagt ihr schwaches Gewissen, so sündiget ihr an Christo. Darum, so die Speise meinen Bruder ärgert, wollte ich nimmermehr Fleisch essen, auf das ich meinen Bruder nicht ärgere. Bin ich nicht ein Apostel, bin ich nicht frei? Hab ich nicht unseren Herrn Jesum Christum gesehen? Seid nicht ihr mein Werk in dem Herrn? Bin ich anderen nicht ein Apostel, so bin ich doch euer Apostel. Denn das Siegel meines Apostelamtes seid ihr in dem Herrn. Wenn man mich fragt, so antworte ich also, haben wir nicht Macht zu essen und zu trinken? Haben wir nicht auch Macht, eine Schwester zum Weibe mit umherzuführen, wie die anderen Apostel und des Herrn Brüder und Käfers? Oder haben alleine ich und Barnabas nicht Macht, das zu tun? Welcher reiset jemals auf seinen eigenen Sollt? Welcher pflanzet einen Weinberg und isst nicht von seiner Frucht? Oder welcher weidet eine Herde und isst nicht von der Milch der Herden? Rede ich aber solch's auf Menschenweise? Saget nicht solches das Gesetz auch? Denn im Gesetz Mosi steht geschrieben, du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, der da dreschet. Sorge Gott für die Ochsen? Oder saget erst nicht aller Dinge um unserer Willen? Denn es ist ja um unserer Willen geschrieben. Denn der, der pflüget, soll auf Hoffnung pflügen und der, der dreschet, soll auf Hoffnung dreschen, dass er seiner Hoffnung teilhaftig werde. So wie euch das Geistliche sehen, ist ein großes Ding, ob wir euer Leibliches ernten. So aber andere dieser Macht an euch teilhaftig sind, warum nicht vielmehr wir? Aber wir haben solche Macht nicht gebraucht, sondern wir vertragen allerlei, dass wir nicht dem Evangelio Christi ein Hindernis machen. Wisset ihr nicht, dass die da Opfern essen vom Opfer und die des Altars pflegen genießen des Altars? Also hat auch der Herr befohlen, dass die des Evangelion verkündigen, sollen sich vom Evangelion nähren. Ich aber habe der keines gebrauchet. Ich schreibe auch nicht darum davon, dass mit mir also sollte gehalten werden. Es wäre mir lieber, ich stürbe, denn dass mir jemand meinen Ruhm sollte zunichte machen. Denn dass ich das Evangelion predige, darf ich mich nicht rühmen, denn ich muss es tun. Und wehe mir, wenn ich das Evangelion nicht predige. Tue ich's gerne, so wird mir's gelohnet. Tue ich's aber ungerne, so ist mir das Amt doch befohlen. Was ist denn nun mein Lohn? Nämlich, dass ich predige das Evangelion Christi und tue dasselbige frei umsonst, auf dass ich nicht meine Freiheit missbrauche am Evangelium. Denn wie wohl ich frei bin von jedermann, habe ich doch mich selbst jedermann zum Knechte gemacht, auf dass ich ihrer viel gewinne. Den Juden bin ich worden als ein Jude, auf dass ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich worden als unter dem Gesetz, auf dass ich die, so unter dem Gesetz sind, gewinne. Denen, die on Gesetz sind, bin ich als on Gesetz worden, so ich doch nicht on Gottes Gesetz bin, sondern bin in dem Gesetz Christi, auf dass ich die, so on Gesetz sind, gewinne. Den Schwachen bin ich worden als ein Schwacher, auf das ich die Schwachen gewinne. Ich bin jedermann allerlei worden, auf das ich allenthalben ja etliche selig mache. Solches aber tue ich um des Evangelii ihr Willen, auf das ich sein teilhaftig werde. Wisset ihr nicht, dass die so in den Schranken laufen? Die laufen alle, aber einer erlanget das Kleinod. Laufet nun also, dass ihr es ergreifet. Ein jeglicher aber, der da kämpfet, enthält sich alles Dinges. Jene also, dass sie eine vergängliche Krone empfangen, wir aber eine unvergängliche. Ich laufe aber also nicht als aufs Ungewisse. Ich fechte also nicht als der in die Luft streichelt, sondern ich betäube mein Leib und zähme ihn, dass ich nicht den anderen predige und selbst verwerflich werde. Ich will euch aber, liebe Brüder, nicht verhalten, dass unsere Väter sind alle unter der Wolken gewesen und sind alle durchs Meer gegangen und sind alle unter Mose getauft, mit der Wolken und mit dem Meer und haben alle einerlei geistliche Speise gegessen und haben alle einerlei geistlichen Trank getrunken. Sie trunken aber von dem geistlichen Fels, der mitfolget, welcher war Christus. Aber an ihr vielen hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie sind niedergeschlagen in der Wüste. Das ist aber uns zum Vorbilde geschehen, dass wir nicht uns gelüsten lassen des Bösen, gleich wie jene gelüstet hat. Werdet auch nicht abgöttische, gleich wie jene etliche Worten, als geschrieben stehet. Das Volk setzte sich nieder zu Essen und zu Trinken und stand auf zu spielen. Auch lasset uns nicht Hurerei treiben, wie etliche unter jenen Hurerei trieben und fielen auf einen Tag 23.000. Lasset uns aber auch Christum nicht versuchen, wie etliche von ihnen ihn versuchten und wurden von den Schlangen umbracht. Murret auch nicht, gleich wie jener etliche murreten und wurden umbracht durch den Verderber. Solch alles wieder fuhr jenen zum Vorbilde. Es ist aber geschrieben uns zur Warnung, auf welche das Ende der Welt kommen ist. Darum, wer sich lässet dünken, er stehe, mag wohl zu sehen, dass er nicht falle. Es hat euch noch keine denn menschliche Versuchung betreten. Aber Gott ist getreu, der euch nicht lässet versuchen über euer Vermögen, sondern machet, dass die Versuchung so ein Ende gewinne, dass ihr es könnt ertragen. Darum, meine Liebsten, flieht vor dem Götzendienst. Als mit den Klugen rede ich, richtet ihr, was ich sage. Der gesegnete Kelch, welchen wir segnen, ist der nicht die Gemeinschaft des Bluts Christi? Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibs Christi? Denn ein Brot ist's, so sind wir viel ein Leib, die, weil wir alle eines Brots teilhaftig sind. Seht an den Israel nach dem Fleisch, welche die Opfer essen. Sind die nicht in der Gemeinschaft des Altars? Was soll ich denn nun sagen? Soll ich sagen, dass der Götze etwas sei? Oder dass das Götzenopfer etwas sei? Aber ich sage, dass die Heiden, was sie opfern, das opfern sie den Teufeln und nicht Gotte. Nun will ich nicht, dass ihr in der Teufelgemeinschaft sein sollt. Ihr könnt nicht zugleich trinken des Herrenkelch und der Teufelkelch. Ihr könnt nicht zugleich teilhaftig sein des Herrentisches und des Teufelstisches. Oder wollen wir den Herrn trotzen? Sind wir stärker denn eher? Ich habe es zwar alles Macht, aber es frommet nicht alles. Ich habe es alles Macht, aber es bessert nicht alles. Niemand suche, was sein ist, sondern ein jeglicher, was des anderen ist. Alles, was feil ist auf dem Fleischmarkt, das esst, und forschet nichts, auf das ihr der Gewissen verschonet. Denn die Erde ist des Herrn und was drinnen ist. So aber jemand von den Ungläubigen euch ladet, und ihr wollt hingehen, so esset alles, was euch vorgetragen wird, und forschet nicht, auf das ihr der Gewissen verschonet. Wo aber jemand würde zu euch sagen, das ist Götzenopfer, so esset nicht um des Willen, der es anzeiget, auf das ihr des Gewissens verschonet. Die Erde ist des Herrn und was drinnen ist. Ich sage aber vom Gewissen nicht dein Selbst, sondern des Anderen. Denn warum sollte ich meine Freiheit lassen urteilen von eines anderen Gewissen? Denn so ich's mit Danksagung genieße, was sollte ich denn verlästert werden über dem, dafür ich danke? Ihr esset nur, oder trinket, oder was ihr tut, so tut es alles zu Gottes Ehre. Seid nicht ärgerlich, weder den Juden, noch den Griechen, noch der Gemeinde Gottes. Gleich wie ich auch jedermann in allerlei mich gesellig mache und suche nicht, was mir, sondern was vielen frommelt, dass sie selig werden. Seid meine Nachfolger, gleich wie ich Christi. Ich lobe euch, liebe Brüder, dass ihr an mich gedenket in allen Stücken und haltet die Weise, gleich wie ich euch gegeben habe. Ich lasse euch aber wissen, dass Christus ist eins jeglichen Mannes Haupt. Der Mann aber ist des Weibes Haupt, Gott aber ist Christus Haupt. Ein jeglicher Mann, der da betet oder weissaget und hat etwas auf dem Haupt, der schändet sein Haupt. Ein Weib aber, das da betet oder weissaget mit unbedeckten Haupt, die schändet ihr Haupt. Denn es ist eben so viel, als wäre sie beschoren. Will sie sich nicht bedecken, so schneide man ihr auch das Haar ab. Nur es aber übel steht, dass ein Weib verschnitten Haar habe oder beschoren sei, so lasset sie das Haupt bedecken. Der Mann aber soll das Haupt nicht bedecken, sind mal er ist Gottes Bilde und Ehre. Das Weib aber ist des Mannes Ehre. Denn der Mann ist nicht vom Weibe, sondern das Weib ist vom Manne. Und der Mann ist nicht geschaffen um des Weibes Willen, sondern das Weib um des Mannes Willen. Darum soll das Weib eine Macht auf dem Haupt haben, um der Engel Willen. Doch ist weder der Mann on das Weib, noch das Weib on den Mann in dem Herrn. Denn wie das Weib von dem Manne, also kommt auch der Mann durchs Weib, aber alles von Gott. Richtet bei euch selbst, ob's wohl stehe, dass ein Weib unbedecket für Gott bete. Oder lehret euch auch nicht die Natur, dass einem Mann eine Unehre ist, so er lange Haar zeuget, und dem Weibe eine Ehre, so sie lange Haar zeuget? Das Haar ist ihr zur Decke gegeben. Ist aber jemand unter euch, der Lust zu zanken hat, der wisse, dass wir die Weise nicht haben, die Gemeinden Gottes auch nicht. Ich muss aber dies befehlen, ich kann's nicht loben, dass ihr nicht auf besser Weise, sondern auf ärgerweise zusammenkommet. Zum Ersten, wenn ihr zusammenkommet in der Gemeinde, höre ich, es sei Spaltung unter euch, und zum Teil glaube ich's. Wenn ihr nur zusammenkommet, so hält man da nicht das hier ein Abendmahl. Denn so man das Abendmahl halten soll, nimmt ein jeglicher sein eigenes vorhin. Und einer ist hungrig, der andere ist trunken. Habt ihr aber nicht Häuser, da ihr essen und trinken möget? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämet die, so da nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch loben? Hierin lobe ich euch nicht. Ich habe es von dem Herrn empfangen, das ich euch gegeben habe. Denn der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, danket und brach's und sprach. Nehmt, esset, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Desselbigen gleichen auch der Kelch nach dem Abendmahl und sprach. Dieser Kelch ist das neue Testament in meinem Blut. Solches tut, so oft ihr's trinket zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esset und von diesem Kelch trinket, sollt ihr des Herrn Tod verkündigen, bis das er kommt. Welcher nur unwürdig von diesem Brot esset oder von dem Kelch des Herrn trinket, der ist schuldig an dem Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst und also esse er von diesem Brot und trinke von diesem Kelch. Denn welcher unwürdig esset und trinket, der isset und trinket ihm selber das Gerichte, damit, dass er nicht unterscheidet den Leib des Herrn. Darum sind auch also viele Schwache und Kranke unter euch und ein guter Teil schlafend. Denn so wir uns selber richteten, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir von dem Herrn gezüchtiget, auf das wir nicht samt der Welt verdammt werden. Darum, meine lieben Brüder, wenn ihr zusammenkommet zu essen, so harret einer des anderen. Hungert aber jemand, der esse daheim, auf das ihr nicht zum Gerichte zusammenkommt. Das andere will ich ordnen, wenn ich komme. Von den geistlichen Gaben aber will ich euch, liebe Brüder, nicht verhalten. Ihr wisset, dass ihr Heiden seid gewesen und hingegangen zu den stummen Götzen, wie ihr geführt wurdet. Darum tue ich euch kund, dass niemand Jesum verfluchet, der durch den Geist Gottes redet. Und niemand kann Jesum einen Herrn heißen und durch den Heiligen Geist. Es sind mancherlei Gaben, aber es ist ein Geist. Und es sind mancherlei Ämter, aber es ist ein Heer. Und es sind mancherlei Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirket, alles in allen. In einem jeglichen erzeigen sich die Gaben des Geistes zum gemeinen Nutz. Einem wird gegeben, durch den Geist zu reden von der Weisheit, dem anderen wird gegeben, zu reden von der Erkenntnis nach demselbigen Geist. Einem anderen der Glaube in demselbigen Geist, einem anderen die Gabe gesund zu machen in demselbigen Geist, einem anderen Wunder zu tun, einem anderen Weissagung, einem anderen Geister zu unterscheiden, einem anderen mancherlei Sprachen, einem anderen die Sprachen auszulegen. Dies aber alles wirket derselbige einige Geist und teilet einem jeglichen Seines zu, nachdem er will. Denn gleich wie ein Leib ist und hat doch viele Glieder, alle Glieder aber eines Leibes, wie wohl ihr viel sind, sind sie doch ein Leib. Also auch Christus, denn wir sind in einem Geist alle zu einem Leibe getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Knechte oder Freie und sind alle in einem Geist getränket. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. So aber der Fuß spreche, Ich bin keine Hand, darum bin ich des Leibes Glied nicht. Sollte es um des Willen nicht des Leibes Glied sein? Und so das Ohr spreche, Ich bin kein Auge, darum bin ich nicht des Leibes Glied. Sollte es um des Willen nicht des Leibes Glied sein? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehöre? So er ganz das Gehöre wäre, wo bliebe der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder gesetzt, ein jegliches sonderlich am Leibe, wie er gewollt hat. So aber alle Glieder ein Glied wären, wo bliebe der Leib? Nun aber sind der Glieder viel, aber der Leib ist einer. Es kann das Auge nicht sagen zu der Hand, Ich darf deiner nicht, oder wiederum das Haupt zu den Füßen, Ich darf euer nicht. Sondern vielmehr die Glieder des Leibes, die uns dünken, die schwächsten seien, sind die nötigsten. Und die uns dünken, die unehrlichsten seien, denselbigen legen wir am meisten Ehre an. Und die uns übel anstehen, die schmücket man am meisten. Denn die uns wohl anstehen, die bedürfen es nicht. Aber Gott hat den Leib also vermengelt und dem dürftigsten Glied am meisten Ehre gegeben, auf das nicht eine Spaltung im Leibe sei, sondern die Glieder füreinander gleich sorgen. Und so ein Glied leidet, so leiten alle Glieder mit, und so ein Glied wird herrlich gehalten, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr seid aber der Leib Christi, und Glieder ein jeglicher nach seinem Teil. Und Gott hat gesetzt in der Gemeinde, aufs erst die Apostel, aufs andere die Propheten, aufs dritte die Lehrer, danach die Wundertäter, danach die Gaben gesund zu machen. Helfer, Regierer, mancherlei Sprachen. Sind sie alle Apostel? Sind sie alle Propheten? Sind sie alle Lehrer? Sind sie alle Wundertäter? Haben sie alle Gaben gesund zu machen? Reden sie alle mit mancherlei Sprachen? Können sie alle auslegen? Strebt aber nach den besten Gaben, und ich will euch noch einen köstlichen Weg zeigen. Wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete, und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein donnernd Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich Weiß sagen könnte, und wüßte alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse, und hätte allen Glauben, also, dass ich Berge versetze, und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gebe, und ließe meinen Leib brennen, und hätte der Liebe nicht, so wäre mir nichts Nütze. Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eiert nicht, die Liebe scheiket nicht, sie bläht sich nicht, sie stellt sich nicht ungebärdig, sie suchet nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie gedenket nichts Arges, sie freut sich nicht der Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber der Wahrheit, sie vertraget alles, sie gläubet alles, sie hoffet alles, sie duldet alles. Die Liebe wird nicht müde, so doch die Weissagungen aufhören werden, und die Sprachen aufhören werden, und das Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk, und unser Weichsagen ist Stückwerk, wenn aber kommen wird das Vollkommen, so wird das Stückwerk aufhören. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem tunkeln Wort, denn aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich's stückweise, denn aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkennet bin. Nur aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, aber die Liebe ist die größeste unter ihnen. Strebet nach der Liebe, fleißiget euch der geistlichen Gaben, am meisten aber, dass ihr Weissagen möget, denn der mit der Zunge redet, der redet nicht den Menschen, sondern Gott. Denn ihm höret niemand zu, im Geist aber redet er die Geheimnis. Wer aber Weissaget, der redet den Menschen zur Besserung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Wer mit der Zunge redet, der bessert sich selbst. Wer aber Weissaget, der bessert die Gemeinde. Ich wollt, dass ihr alle mit Zungen reden könntet, aber vielmehr, dass ihr Weissaget. Denn der, der Weissaget, ist größer, denn der mit Zungen redet. Es sei denn, dass er es auch auslege, dass die Gemeinde davon gebessert werde. Nur aber, liebe Brüder, wenn ich zu euch käme und rede mit Zungen, was wäre ich euch nütze? So ich nicht mit euch rede, entweder durch Offenbarung oder durch Erkenntnis oder durch Weissagung oder durch Lehre. Hält sich's doch auch also in den Dingen, die da lauten und doch nicht leben. Es sei eine Pfeife oder eine Harfe, wenn sie nicht unterschiedliche Stimme von sich geben. Wie kann man wissen, was gepfiffen oder geharfet ist? Und so die Posauna einen undeutlichen Ton gibt, wer will sich zum Streit rüsten? Also auch ihr, wenn ihr mit Zungen redet, so ihr nicht eine deutliche Rede gebet, wie kann man wissen, was geredet ist? Denn ihr werdet in den Wind reden. Zwar es ist mancherlei Art der Stimme in der Welt und derselbigen ist doch keine undeutlich. So ich nun nicht weiß der Stimme Deutung, werde ich undeutsch sein dem, der da redet, und der da redet, wird mir undeutsch sein. Also auch ihr, sind mal ihr euch fleißige der geistlichen Gaben, trachtet danach, dass ihr die Gemeinde bessert, auf das ihr volle Genüge habt. Darum, welcher mit Zungen redet, der bete also, dass er es auch auslege. So ich aber mit Zungen bete, so betet mein Geist, aber mein Sinn bringt niemand Frucht. Wie soll es aber denn sein? Nämlich also, ich will beten mit dem Geist und will beten auch im Sinn. Ich will Psalm singen im Geist und will auch Psalm singen mit dem Sinn. Wenn du aber segnest im Geist, wie soll der, so anstatt des Laien steht, arm sagen auf deine Danksagung, sind mal er nicht weiß, was du sagest. Du Dank sagest wohl fein, aber der andere wird nicht davon gebessert. Ich danke meinem Gott, dass ich mehr mit Zungen rede, denn ihr alle. Aber ich will in der Gemeinde lieber fünf Wort reden mit meinem Sinn, auf das ich auch andere unterweise, denn sonst zehntausend Wort mit Zungen. Liebe Brüder, werdet nicht Kinder an dem Verständnis, sondern an der Bosheit seid Kinder. An dem Verständnis aber seid vollkommen. Anmerkend sei zu erwähnen, dass der eben genannte Vers in der Luther-Übersetzung von 1534 etwas ungünstig aufgefasst werden könnte. Deswegen folgt derselbe Vers jetzt noch einmal in der Schlachter-Übersetzung. Ihr Brüder, werdet nicht Kinder im Verständnis, sondern in der Bosheit seid Unmündige, im Verständnis aber werdet erwachsen. Und weiter geht es jetzt mit der Luther-Übersetzung von 1534. Im Gesetz steht geschrieben, Ich will mit anderen Zungen und mit anderen Lippen reden zu diesem Volk, und sie werden mich auch also nicht hören, spricht der Herr. Darum, so sind die Zungen zum Zeichen nicht den Gläubigen, sondern den Ungläubigen. Die Weissagung aber nicht den Ungläubigen, sondern den Gläubigen. Wenn nur die ganze Gemeinde zusammenkäme an einem Ort und redeten alle mit Zungen, es kämen aber hinein Laien oder Ungläubige, würden sie nicht sagen, ihr wäret unsinnig? So sie aber alle Weissageten und käme denn ein Ungläubiger oder Laie hinein, der würde von denselbigen eingestrafet und von allen gerichtet, und also würde das Verborgene seines Herzens offenbar, und er würde also fein auf sein Angesichte Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig in euch sei. Wie ist ihm denn nun, liebe Brüder? Wenn ihr zusammenkommet, so hat ein jeglicher Psalme, er hat Lehre, er hat Zungen, er hat Offenbarung, er hat Auslegung. Lasset es alles geschehen zur Besserung. So jemand mit der Zunge redet oder zwei oder aufs meiste drei, eins ums Ander, so lege es einer aus. Ist er aber nicht ein Ausleger, so schweige er unter der Gemeinde, rede aber ihm selber und Gotte. Die Weissager aber lasset reden, zwei oder drei, und die anderen lasset richten. So aber eine Offenbarung geschieht einem Anderen, der da sitzt, so schweige der Erste. Ihr könnt wohl alle weissagen, einer nach dem Anderen, auf das sie alle lehren und alle ermahnet werden. Und die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedes, wie in allen Gemeinden der Heiligen. Eure Weiber lasset schweigen unter der Gemeinde, denn es soll ihnen nicht zugelassen werden, dass sie reden, sondern untertan sein, wie auch das Gesetze sagt. Wollen sie aber etwas lernen, so lasst sie daheim ihre Männer fragen. Er steht den Weibern übel an, unter der Gemeinde reden. Oder ist das Wort Gottes von euch auskommen? Oder ist's allein zu euch kommen? So sich jemand lässet dünken, er sei ein Prophet oder geistlich, der erkenne, was ich euch schreibe, denn es sind des Herrn Gebot. Ist aber jemand unwissend, der sei unwissend. Darum, liebe Brüder, fleißiget euch des Weichsagen und wehret nicht mit Zungen reden. Lasset alles züchtiglich und ordentlich zugehen. Ich erinnere euch aber, liebe Brüder des Evangelions, dass ich euch verkündigt habe, welches ihr auch angenommen habt, in welchem ihr auch stehet, durch welches ihr auch selig werdet, welcher Gestalt ich es euch verkündigt habe, so ihr es behalten habt. Es wäre denn, dass ihr umsonst geglaubet hättet. Denn ich habe euch zuvorderst gegeben, welches ich euch empfangen habe, dass Christus gestorben sei für unsere Sünde nach der Schrift und dass er begraben sei und dass er auferstanden sei am dritten Tage nach der Schrift. Und dass er gesehen worden ist von Käfers, danach von den Zwölfen, danach ist er gesehen worden von mehr denn 500 Brüdern auf einmal, der noch viel leben, etliche aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobo, danach von allen Aposteln. Am letzten nach allen ist er auch mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden, denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, als der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, darum, dass ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber von Gottes Gnaden bin ich, das ich bin, und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet, denn sie alle, nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die in mir ist. Es sei nur ich oder jene, also predigen wir und also habt ihr geglaubet. So aber Christus gepredigt wird, dass er sei von den Toten auferstanden, wie sagen denn etliche unter euch, die Auferstehung der Toten sei nichts? Ist aber die Auferstehung der Toten nichts, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden auch erfunden, falsche Zeugen Gottes, dass wir wieder Gott gezeugt hätten, er hätte Christum auferweckt, den er nicht auferweckt hätte. Sinde mal die Toten nicht auferstehen. Denn so die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube eitel. So seid ihr noch in euren Sünden, so sind auch die, so in Christu entschlafen, sind verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christum, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Nur aber ist Christus auferstanden von den Toten und der Erstling worden unter denen, die da schlafen. Sinde mal durch ein Menschen der Tod und durch ein Menschen die Auferstehung der Toten kommt. Denn gleich wie sie in Adam alle sterben, also werden sie in Christu alle lebendig gemacht werden, ein jeglicher aber in seiner Ordnung. Der Erstling Christus, danach die Christum angehören, wenn er kommen wird, danach das Ende, wenn er das Reich Gott dem Vater überantworten wird, wenn er aufheben wird, alle Herrschaft und alle Obrigkeit und Gewalt. Er muss aber herrschen, bis dass er alle seine Feinde unter seine Füße lege. Der letzte Feind, der aufgehoben wird, ist der Tod, denn er hat ihm alles unter seine Füße getan. Wenn er aber sagt, dass es alles untertan sei, ist offenbar, dass ausgenommen ist, der ihm alles untertan hat. Wenn aber alles ihm untertan sein wird, als denn wird auch der Sohn selbst untertan sein dem, der ihm alles untertan hat, auf das Gott sei alles in allen. Was machen sonst die sich taufen lassen über den Toten, so aller Dinge die Toten nicht auferstehen? Was lassen sie sich taufen über den Toten? Und was stehen wir alle Stunde in der Fahr? Bei unserem Ruhm, den ich habe in Christo Jesum, unserem Herrn, ich sterbe täglich. Hab ich menschlicher Meinung zu Ephesu mit den wilden Tieren gefochten? Was hilft's mich, so die Toten nicht auferstehen? Lasset uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Lasset euch nicht verführen, böse Geschwätze verderben gute Sitten. Wachet recht auf und sündiget nicht, denn etliche wissen nichts von Gott. Das sage ich euch zur Schande, möchte aber jemand sagen, wie werden die Toten auferstehen und mit welcherlei Leibe werden sie kommen? Du nah, das du sehst, wird nicht lebendig, es sterbe denn. Und das du sehst, ist ja nicht der Leib, der werden soll, sondern ein bloß Korn, nämlich Weizen oder der anderen eines. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er will, und einem jeglichen von dem Samen seinen eigenen Leib. Nicht ist alles Fleisch einerlei Fleisch, sondern ein anderer Fleisch ist der Menschen, ein anderer des Viehs, ein anderer der Fische, ein anderer der Vögel. Und es sind himmlische Körper und irdische Körper, aber ein anderer Herrlichkeit haben die himmlischen und ein anderer die irdischen. Ein anderer Klarheit hat die Sonne, ein anderer Klarheit hat der Mond, ein anderer Klarheit haben die Sterne, denn ein Stern übertrifft den anderen nach der Klarheit, also auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Unehre und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Hat man einen natürlichen Leib, so hat man auch einen geistlichen Leib. Wie es geschrieben steht, der erste Mensch Adam ist gemacht ins natürliche Leben und der letzte Adam ins geistliche Leben. Aber der geistliche Leib ist nicht der erste, sondern der natürliche, danach der geistliche. Der erste Mensch ist von Erden und irdisch, der andere Mensch ist der Herr vom Himmel. Welcherlei der irdische ist, solcherlei sind auch die irdischen. Und welcherlei der himmlische ist, solcherlei sind auch die himmlischen. Und wie wir getragen haben das Bilde des irdischen, also werden wir auch tragen das Bilde des himmlischen. Davon sage ich aber, liebe Brüder, das Fleisch und Blut nicht können das Reich Gottes ererben. Auch wird das Verwesliche nicht erben, das Unverwesliche. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden, und das selbst plötzlich in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaunen. Denn es wird die Posaune scheinen, und die Toten werden auferstehen unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Denn dies Verwesliche muss anziehen das Unverwesliche, und dies Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Wenn aber dies Verwesliche wird anziehen das Unverwesliche, und dies Sterbliche wird anziehen die Unsterblichkeit, denn er wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht. Der Tod ist verschlungen in dem Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Helle, wo ist dein Sieg? Aber der Stachel des Todes ist die Stunde, die Kraft aber der Stunde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat, durch unseren Herrn Jesum Christum. Darum, meine lieben Brüder, seid feste, unbeweglich, und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn. Sintemal ihr wisset, dass euer Erbeid nicht vergeblich ist in dem Herrn. Von der Steuere aber, die den heiligen Geschicht, wie ich den Gemeinden in Galatia befohlen habe, also tut auch ihr. Auf Jahr der Sabbata einen, lege bei sich selbst ein jeglicher unter euch, und sammle, was ihm leidlich ist, auf das nicht, wenn ich komme, denn allererst die Steuer zu sammeln sei. Wenn ich aber da kommen bin, welche ihr durch Bräue dafür anseht, die will ich senden, dass sie hinbringen eure Wohltat gen Jerusalem. So es aber wert ist, dass ich auch hinreise, sollen sie mit mir reisen. Ich will aber zu euch kommen, wenn ich durch Mazedonia ziehe. Denn durch Mazedonia werde ich ziehen, bei euch aber werde ich vielleicht bleiben, oder auch wintern, auf das ihr mich geleitet, wo ich hinziehen werde. Ich will euch jetzt nicht sehen im Vorüberziehen, denn ich hoffe, ich wolle etliche Zeit bei euch bleiben, so es der Herr zulässet. Ich werde aber zu Epheso bleiben bis auf Pfingsten, denn mir ist eine große Tür aufgetan, und sie sind fleißig und sind viel widerwärtiger da. So Timotheus kommt, so sehet zu, dass er on Furcht bei euch sei, denn er treibet auch das Werk des Herrn wie ich. Dass ihn nun nicht jemand verachte, geleitet ihn aber im Friede, dass er zu mir komme, denn ich warte sein mit den Brüdern. Von Apollo, dem Bruder, aber wisset, dass ich ihn sehr viel ermahnet habe, dass er zu euch käme mit den Brüdern, und es war aller Dinge sein Wille nicht, dass er jetzt käme. Er wird aber kommen, wenn es ihm gelegen sein wird. Wachet, stehet im Glauben, seid männlich und seid stark, alle euer Ding lasst in der Liebe geschehen. Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, ihr kennet das Haus Stephaner, dass sie sind die Erstlinge in Achaia, und haben sich selbst verordnet zum Dienst den Heiligen, auf das auch ihr solchen Untertanen seid, und allen, die mitwirken und erarbeiten. Ich freue mich über der Zukunft Stephaner und Fortunati und Achalki, denn wo ich euer Mangel hatte, das haben sie erstattet. Sie haben erquickt meinen und euren Geist. Erkennet's, dass sie solche sind. Es grüßen euch die Gemeinden in Asia, es grüßet euch sehr in dem Herrn Aquilas und Priskela, samt der Gemeinde in ihrem Hause. Es grüßen euch alle Brüder, grüßet euch untereinander mit dem heiligen Kuss. Ich, Paulus, grüße euch mit meiner Hand. So jemand, den Herrn Jesu Christ nicht lieb hat, der sei Anathema Maharam Motta. Die Gnade des Herrn Jesu Christi sei mit euch. Meine Liebe sei mit euch ein in Christo Jesu. Amen. Die Epistel zu den Korinthern, Gesandt aus Asia durch Stephanon und Fortunaten und Achalkon und Timothion. Schau, in welchem Leid die Menschen gefangen sind. Alles nur wegen Lügen, die sie fälschlicherweise für die Wahrheit halten, wodurch sie von einem Leben mit Sinn getrennt sind. Was ist dir lieber? A. Mach es dir in der Haft bequem. Die Frucht der Bequemlichkeit wird in Deuteronomium, Kapitel 28, Vers 15 bis 68 beschrieben. Unglück wird euch begleiten. Ihr werdet Kinder zeugen, aber sie werden euch nicht gehören, sondern als Gefangene weggeführt werden. Ihr werdet ständig um euer Leben zittern müssen und euch keinen Augenblick sicher fühlen. Denn alles, was ihr erlebt, wird euch immer neue Angst einjagen. Was ist dir lieber? B. Hilf mit, sei das eine Prozent, das losläuft. Möchtest du zu den Menschen ausgehen, damit ihnen der gerade Weg gezeigt wird? Die Frucht dieser Mühen wird in Matthäus, Kapitel 11, Vers 5 beschrieben. Hilf mit, diese Welt zu verändern. Bestelle dieses Heft kostenlos und versandkostenfrei auf Fibelzeit.de und reiche es an deine Nächsten weiter. Kehre um und bleib auf dem geraden Weg. Klicke auf der Webseite Fibelzeit.de einfach auf den Menüpunkt kostenlos bestellen und du wirst sofort zum Bestellformular weitergeleitet. Wenn du Lust hast, bestelle ein einzelnes Heft für dich oder mehrere Hefte zum Weiterreichen. Also dann, ich danke dir für deine Aufmerksamkeit, verlebe frohe Stunden im Kreis der Liebsten und Nächsten und denke immer daran, du bist wertvoll und wirst geliebt. Missstände verschwinden nicht, wenn du wegschaust und weghörst, indem du dich narkotisierst. Glaube nicht den Abbildern des Bildschirmes. Sie bewirken, dass du auf Abwege gerätst, damit sich das Übel ungehindert ausbreiten kann. Durch den Bildschirm wirst du betäubt, damit du das Unheil zulässt. Merkst du nicht, dass du bereits in Flammen stehst? Willst du nicht erkennen, dass alles um dich herum zu Asche herunterbrennt? Kannst du nicht zwischen gesund und ungesund, richtig und falsch oder gut und böse unterscheiden?